und damit herzlich willkommen meine freunde zurück zu minecraft wir haben heute ein bisschen was vor wir müssen ganz dringend was essen was nicht funktioniert okay wir müssen hier und dann gehen wir auch direkt mal ins eine äther würde ich sagen und setzen den tank mal ganz schnell um und vorher vor allem gehen wir noch zu hause vorbei und holen uns noch kurz was zu essen heute läuft es nicht so früssig habe ich das gefühl essen wir schnell was sounds leiser gehen wir mal schnell insnieter und setzen mal in die pumpe die lavapumpe um hier habe ich ein bisschen weiter gemacht aber auch noch nicht so viel weil es in den letzten tagen auch eher wenig hier unterwegs was unter anderem daran liegt dass ich mit wmw beschäftigt bin so ein bisschen wieder aber das kommt alles sauber alles seinerzeit wir setzen jetzt erstmal die pumpe um da hinten ganz ganz wichtig dass wir wieder labern da hinten jetzt könnte es ein bisschen vielleicht lecky sein bisher doch alles aufgeladen ist aber ansonsten sollte es eigentlich funktionieren aber ganz viel action und die geht noch alter halblang du pimpf aber die läuft glaube ich sogar noch wenn ich es richtig gesehen habe gerade und alles gut kommt so so halou Mann, mal schneller wieder hola zack zack zack, zack 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 w launching zack zack Ah, jetzt schlagen wir mal. Ist doch nicht nett von dir. Und dann schon wieder zu. Nein, nein, ich hab keine Angst. Überhaupt nicht. Alter. Doch, jetzt geht er wieder. Okay, lag wohl wahrscheinlich nur am Chunk hier. Schnell wieder weg. Und schnell zurück vor allem. Bock. Oh, wow, 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 wow. Wtf. Warum kommt ihr denn hier rein jetzt auf einmal? Ist ja gar nicht lustig. Alter. Wtf. Wtf. Sehr gespannt. Okay. Keiner. Sehr schön. Sehr gerade. So, da haben wir wieder Lava auf jeden Fall. Die Straße. Das ist so wie hier. Hier raus. Ja, Tür zu. Weg hier. So, die Straße habe ich auch ein bisschen weiter gemacht, aber auch noch nicht sonderlich viel da hinten. Da hinten. Die muss zum Beispiel noch gestückt werden. Noch alles weg machen. Hier noch ein bisschen ausgebaut werden natürlich auch und den Rest anpassen. dann ruhig dann auch noch hier alles. Manche Sachen kann ich schon lassen. Hier müssen wir ja noch die Laternen hin und so. Mal schauen. Hier habe ich schon ein bisschen schon eingefügt. gerade mal weg machen. So. So. Bis das nette Manölium Schöffelchen auch wieder kaputt ist. Dann noch ein Stück Proton um. So. Dann gehen wir jetzt mal rein. Wir machen die Torschen leer. Und zwar zack. Beton schmeißt das auch weg. Hunde Zunge weg. Erde weg. Wie viel Erde soll ich da noch lagern? So. Da geht natürlich noch nichts. Der Tank befüllt sich jetzt wieder. Sehr schön. Das ist auch so ein Problem, was ich immer wieder habe. Dass ich vergesse den Tank auszuschalten und dann habe ich natürlich das Endergebnis im Endeffekt. Also die Maschinen auszuschalten, wenn ich offline gehe, dann habe ich das Ergebnis am Ende, dass meine Sachen leer sind. Oh. Adit wollte ich mal gucken. Dann habe ich gar nichts. Gar nichts. Kobalt habe ich jede Menge mittlerweile. Also nicht mal vier. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Nein. So. Schrecken wir mal die Lage. Kraftwerk. Warneingang Hauptgebäude statt Beleuchtung. Ja, da bin ich ja noch dabei. Bienencheck. Auf Seite 2 steht gar nichts. Okay. Es ist natürlich noch nicht so viel. Also das geht mit Shift rechte Maustaste. Falls jemand das wissen möchte. Shift-Taste gedrückt und dann die rechte Maustaste. So. So. Das hier muss hier weg. Hier sollen noch Laufwerke hin. Auf jeden Fall. Vor allem eine gescheite Beleuchtung müsst ihr hier mal hin. Mal gucken was ich noch für Lampen habe. Für Lampen habe ich nur rote Lichtausfall. Die habe ich gebaut um etwas zu testen. Wir bräuchten. Hier habe ich blaue. Hellblaue oder blaue drin. Ah, das sind blaue. Ganz normal blaue Lampen. Gucken wir mal. Habe ich natürlich nichts. Ist ja so. Das ist gut. Da haben wir einiges bauen mit. Zack. Eine. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Auf diese Redstone Sachen immer. Zack. Und zack. So. Was? Ah, es fehlt Glas. Egal. So. Das ist ein Invertierter. Das ist aber okay. Die hauen wir jetzt da rein. Die Frage ist nur. Wo? Doppelte Decke habe ich nicht. Ich müsste sie wendern in den Boden. Vielleicht so links und rechts eine. Ah, wobei eine dritte ja schon wieder reicht normalerweise. Ui, 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 ui. Hoppala. So schnell eingestellt. Das machte kaputt. Alles machte kaputt, Mann. Ja, das stimmt irgendwie. Hallo. Hallo. Geh mal weg. Hallo. Geh nochmal weg. Danke. So. Ich würde sagen, ich mache hier eine hin. Und hier eine hin. Kann immer noch ändern. Kann ich einfach das noch. Aber dann spare ich mir da oben auch die Lampen normalerweise. Hula. Hat natürlich alles seinen Vorteil. Wenn wir mal gucken. F7 müsste das sein. Genau. Na. Hier läuft es. Hier ist es gut. Und einen schönen Rand kann ich dann immer noch machen. Ist es zwar hier nicht so ganz ideal. Dann werde ich hier vielleicht nochmal Basalziegel reinziehen. Dass es ein bisschen besser getrennt ist. Mal schauen. So haben wir auf jeden Fall hier schon mal eine Lampe drin. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall auch noch eine Tür. Eine Garagentür oder irgendwas. Damit das gut aussieht. So ein bisschen. Wie auch immer. Habe ich noch Garagentüren? Natürlich nicht. Habe ich noch Carpenterblöcke? Natürlich nicht. Ist ja logisch. Ach. Mann. Ähm. Carpenterblöcke. Zack. Zack. Dann ein bzw. zwei Garagentüren. Da gibt es so ein komplettes Set sogar. Und das ist ja auch super. Was essen? Zack zack. Und dann hauen wir die hier hin. Die verändern wir dann noch. Dass sie ein bisschen schicker aussehen. Und dann ist das okay denke ich mal. Hier mache ich die auch hin. Seht man schon was hier hinkommt. Ich will das versuchen ein bisschen zu automatisieren. Deswegen habe ich die noch nicht weiter gebaut. Wird ein bisschen schwieriger denke ich mal. Aber im Notfall kann ich das auch einfach so lassen. Herzverarbeitung ist auch noch so ein Fall für sich. Die wollte ich hier hin haben. So in diesem Bereich. Ich weiß muss die Frage noch wie ich sie baue. Da bin ich immer noch am überlegen wie ich sie baue. Ob ich sie so standard in der I.O. mäßig baue. Oder ob ich sie halt wirklich mit Mechanism komplett durchziehen möchte. Das weiß ich gar nicht ehrlich bin noch gar nicht. Hier habe ich weiße Lampen sogar. Okay. Das weiß ich noch gar nicht. Da muss ich mal noch gucken. Guck mal. Das alles mal weg kurz. Da schon weg. Das weg. Das Mechanism. Das hier weg. Das dahin. Das dahin. Das dahin. Das dahin. So. Genau. Das sind diese hier. Und dann heißen die anderen Aloysmelter oder sowas. Das kann ich nicht testen. Der nette Zombie geht mir auf den Nerv. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich hoffe ich bin nicht so leise. Ich spreche heute ein bisschen leiser. So. Ähm. Ja. Also hier Wareneingang würde ich halt gerne so hier irgendwie haben. Wie ich den hier einbaue weiß ich selber noch nicht. Ob dieser Platz hier reichen würde. Wenn ich sage ich hau den so hier hin. Ähm. Ich möchte halt nicht dieses Standard. Wäre so rum eh falsch. Aber dieses Standard ähm. Ding was es gibt hier. Zack. Und den dann Leitung und dann oben drüber. Die. Die Sackmel eben. Malwerk. Eigentlich. Sondern würde schon gerne Mechanismen nutzen. Hi. Ja du. Alles gut. Ja. Wird schon gerne Mechanismen nutzen. Wenn ich es schon habe. Dazu müsste ich allerdings noch herausfinden. Wie dies mit dieser. Ähm. Mit diesem Salzwassern. Das alles so ein bisschen funktioniert. Das würde ich dann fast würde ich sagen. Teste ich dann nochmal. Also erstmal so ein paar Grund Dinge. Die wir jetzt einbauen müssen. Das ist einfach. Das hier zum Beispiel. Der elektrolytische separator. Den brauche ich jetzt als festen Platz irgendwo. Nicht hier. Die Frage ist aber nur. Wo ich diesen hinbauen will. Ich kann ihn hier hinbauen. Dass er einfach irgendwo ist. Im Prinzip könnte ich das so in der Tat machen. Ich könnte hier zum Beispiel das noch rumziehen. Und dann nochmal eine Wand nach unten gehen. Dass er so ein bisschen in der Wand ist. Hoppla. ab. Ich muss ein bisschen aufpassen. So. Machen wir das alles mal weg hier. Zack. Und jetzt muss ich mal gucken. Zack. Sag jetzt mal. Sag jetzt mal. Ne. In der Wand kann ich ihn eh nicht machen. Das funktioniert nicht. Weil da. Das dann so. Beschick ist. Mh. Wann machen wir den hin? 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 Extra Platz brauche auf keinen Fall. Ah. Das ist doch. Das ist doch. Was ist doch. Lala. Das ist. Hm. Da unten irgendwo hin? Also mit Zuleitung nach oben natürlich. Das würde aber auch nicht gehen. Hier irgendwie rein. Wenn auch ne Idee. Pfff. Dass ich ihn da irgendwie hier mit einbaue. Was aber auch ein bisschen schwieriger wird. Das ja wollte ich auch eigentlich da unten irgendwo rein haben. Was sich aber dann herausgestellt hat. Dass das gar nicht so einfach sein wird. Da. Wo machen wir den hin? Wo machen wir den hin? Das ist eine gute Frage. Das ist echt verdammt gute Frage. Ich weiß es nämlich gerade absolut nicht wo ich den hin will. Haben will. das ist halt auch irgendwie noch nach was aussieht. Ist halt auch so ein wichtiger Faktor. Wohin? Hier vorn oder hier hinten? Hinten dran wäre natürlich auch noch ne Option. Was sag ich denn da hinten irgendwo hin? Wobei auch hier ist alles noch in den Anfangsschulchen. Diese Entscheidungen. Diese schweren Entscheidungen. Gib mir mal Basalt. Basalt. Ja. Das brauchen wir nicht. Ähm. Ja. Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Heftig eingestellt. Hallo. Ich. Ich. Kabel und das. Beziehungsweise. Rampe. Oh nein. Was... Na das sieht ja auch immer scheiße aus. Anversuch wert man. Das lag mich doch nicht gleich. So. Nee. Das sieht nach nix aus. Allein kriege ich es aber auch nicht. Das ist das was mich ein bisschen ärgert. Bei. Ja. Das sieht nach nix aus. nein da wollte ich es doch nicht hin wenn ich jetzt sagen würde hau den da hin im prinzip würde das ja gehen ja wäre überhaupt kein problem aber da oben drauf ich müsste dann da diese fassaden kriege ich ja da nicht drauf logischerweise ich müsste dann hingehen und andere fassaden obendrauf klatschen gibt mir mal die säge wo ist die säge? ja so weißt auch der müsste auch aus sein oder? bist du höchst? dann schauen warte mal hallo was machst du denn für sachen mann die säge und ein paar laborblöcke hab ich ja ganz viele so kann ich die schneiden kann ich ganz dünn und die stadtreinigung die hier noch krach macht ist ja wieder zu machen ich glaube nicht gerade ob das dann dasselbe ist irgendwie ja irgendwie ja schon aber so dick noch dünne kriege ich es nicht oder? das ist mies naja gut meine Freunde wir sehen uns in der nächsten folge wieder bei minecraft technik mit dem nightgoose in der nächsten folge geht es dann weiter bis zur nächsten folge ciao